Hi Leute, was geht? Ich bin's hier, eure Becky und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Ich bin jetzt nicht die Beste in Doors, würde ich jetzt mal meinen, aber super viele von euch meinten, Becky, spiel unbedingt Doors und da es jetzt ein neues Update gibt, dachte ich mir, das müssen wir unbedingt machen. Ich hab meine Joins an, also alle können mir joinen. Bitte habt ein bisschen Rücksicht auf mich, ich weiß nämlich nicht, ob ich das hinbekomme, keine Ahnung. Lasst aber einen Daumen nach oben, wenn ich wieder Doors mit euch zusammen zocken soll, öfters mal oder so, weil es halt super oft angefragt wird, dann weiß ich Bescheid und ja, lasst gerne ein Abo da und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein, ab in Doors. So Leute, ich bin jetzt in Doors drin und jetzt werde ich gleich erstmal gucken, was es im Shop gibt und ich werde mal eben kurz nochmal auf Instagram Bescheid sagen, dass ich da bin, damit auch wirklich so viele für wirklich am Start sind. Natürlich können nicht alle mit ins Game, aber ich brauche euch. Okay, ich würde sagen, es wird langsam voll, es wird langsam voll. Los geht's! Schnell Leute! Ich wünsche, wir könnten das zu zwölf spielen, aber ich denke mal, ich schaffe es sowieso nicht in der Runde. Also, los geht's. Oh mein Gott, es sieht nice aus. Wow, es geht los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo müssen wir lang? Schlüssel? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich spiele das gerade mit Joypad, ich kriege das nicht hin. Verdammt. Was jetzt? X? Muss ich das drücken? Hat er das schon gedrückt? Oh mein Gott, es hört sich so gruselig an. Wo lang? Was ist das alles hier? Hier lang? Oh. Ah! Hilfe, was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, ich habe was. Schuss! Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Ich glaube, die erste Runde schaffe ich nicht, Leute. Okay, wir müssen hier lang, ne? Es geht nach Zeit, oder? Oh mein Gott. No way. Wo sind die anderen? Leute, okay, die anderen sind auch noch da. Die anderen sind auch noch da. Jemand weiß hier anscheinend Bescheid. Äh, okay, das ist ein bisschen cheaten hier, ne? Das wusste ich nicht. Kommt hier einer? Ja. Oh mein Gott! Ah! Nein! Sie ruft! Ich glaube, sie hat mich extra da reingehen lassen. Nein! Sie ist geuft! Nein! Ey, yo, wir schaffen das doch niemals, oder? Oh mein Gott! Shoot! Schau, wie das ist! Oh mein Gott, warte, kann ich reviven? Oh, hello. Ja, super. Ja, nee, äh. Ich habe nicht erwartet, dich hier zu sehen. Ja, ich auch nicht, du. Kann ich bitte reviven? Wo muss ich lang? Oh mein Gott! What is this? Ah! Ah! Ich habe... Oh, 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 Mama! Ah! Was? Oh mein Gott, was ist das? Das war doch unnötig! Ich war planlos so lang. Warum muss man mich da ausgerechnet aussetzen? Warum? Und ich dachte, wir können einfach weitermachen, Leute. Sorry, Leute, ihr dürft keine Kopfhörer tragen. Auf gar keinen Fall. Okay, Leute, ich glaube, es kann losgehen. In drei, zwei, eins. Kurz mal ausgetrickst. Los geht's, los geht's. Ich hoffe, nicht alle vertrauen auf mich. Moment, sie holt es, sie holt es. Dann warte ich lieber. Ja, jetzt. Okay. Okay. Wo lang? Walsch? Was ist das? Okay. Let's go. Wo lang? Ah, verdammt. Wusch. Shoot. Wo lang? Oh mein Gott. Warum ist schon der... Am Anfang so. Oh mein Gott. Ist der schon weg? Ja doch, jetzt. Okay. Wo sind die anderen? Okay, die sind auch noch da. Hier lang? Nee, hoch. Okay. Was ist das hier? Oh mein Gott. Okay. Der kommt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der wach. Okay. Okay. Wo lang? Nee, andere Seite. Wir müssen durchrushen. Oh. Oh. Müssen wir hier lang? Nein. Falsch. Hilfe. Wo lang? Wo lang? Wo lang? Hier lang? Nee, auch nicht. Was ist das? Verdammt. Wo lang? Wo lang? Wo lang? Wo lang? Okay. Shoot. Wie viele sind wir noch? Oh nein, sie ist geruft. Schaff ich doch niemals alleine. Oh, mir hört sich das so eklig an. Oh mein Gott. Oh nein. Wo lang? Hier. Alter, warum hat der mich jedes Mal? Nein. 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 Kürzeste Runde ever. Wo lang? Falsch. Ah. Nein. Nein. So weit gekommen, Mann. Nein. Bitte, sag mir nicht, der kommt jetzt. Ich dreh durch. Mann, Bruder. Wollt mich doch verstecken. Wie viel Zeit haben wir ihn insgesamt? Ich weiß es gar nicht. Wer jetzt nicht... Oh mein Gott. Der kommt gleich. Ich weiß es, ja. Ich hab jedes Mal so Herzkampf. Ah, ich verplepper Zeit. Einfach nach oben laufen, Becky. Einfach nach oben laufen, ganz nach oben laufen. Oh mein Gott. Warte, der kommt gleich. Ich weiß es. Okay. Warum lämst du noch so an mir raus? Warum lämst du noch so an mir raus? Ich weiß nicht, was ich hier jetzt gerade laber, Leute. Aber ich versuche irgendwie noch mit euch zu reden und mich zu konzentrieren. Das ist super schwer. Ja. Vor allem, weil ich will es mal schaffen. Okay. Okay. Ist hier irgendwie Booster drin? Ja. Yes. Oh nein. Verdammt. Ah. Mann, ich wollte mich doch verstecken. Ja. Das war schon voll. Nein. Aber ich kann hoffentlich revive, Alter. Wie schlimm ist das immer? Ich weiß nicht, wie lange ich das noch spielen will, Leute. Ich muss irgendwie schneller sein. Vielleicht muss ich anfangs die Booster sammeln. Und dann, ja. Am Ende schnell sein. Okay. Das brauche ich auf jeden Fall. Okay. Er holt schon den Schlüssel. Okay. Los geht's. Alter. Langsam kann ich das Spiel in- und auswendig. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Kriege ich das diesmal hin? Ich weiß es nicht. Ja, super. Gleich am Anfang schon. Dein Ernst, Bruder? Alter. Wird ja mal besser hier. Okay. Okay. Da ist nichts drin. Einfach laufen, Leute. Einfach laufen. Okay. Hebel. Das mache ich. So. Kommt der wieder? Ja. Wusste ich doch. Der nimmt extra Zeit weg. Dieser. Alter, die eine ist gerufen. Nein. Nein. Ich hoffe, sie kann reviven. Okay. Das ist falsch. Okay. Ist hier irgendwas drin? Die Mütze brauche ich nicht. Ich brauche einfach nur Booster. Okay. Diesmal nicht komplett hochlaufen. Hier ist auch nichts drin. Verdammt. Wir brauchen einen Schlüssel. Hat er einen Schlüssel? Ja. Okay. Verdammt. Kommt der? Ich habe Angst. Ja. Schnell verstecken. Schnell verstecken. Wie soll ich die Booster sammeln? Voll schlimm hier. Wie soll ich die Booster sammeln? Wer ist da denn rausgekommen? Gerade aus der Tür? Hat sich da jemand versteckt? Oh oh. Ja. Ich habe noch einen. Aber habe ich den überhaupt eingesammelt? Ich weiß es gar nicht. Oh shoot. Ich glaube, die Zeit rennt. Da hinten ist der Hebel. Da ist die Tür. Kommt der wieder? Ja. Der kommt. Warum schaffe ich das diesmal? Ich weiß es nicht. Ist er weg? Ja. Okay. Weiter geht's. Da ist nichts. Oh mein Gott. Ich habe Angst. Weiter laufen. Weiter laufen. Weiter laufen. Hier ist auch nichts. Oh mein Gott. Okay. Schnell. 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 Kommt der? Ja. Verdammt. Was bringt er in den Booster? Was bringt das? Verdammt ey. Ich denke mal, es ist so gut. Und dann ist es wieder so schwer. Okay. Verstecken. Jedes Mal. Es wird immer schlimmer. Also das ist meine beste Runde erstmal. Alter, wie oft noch? Dann. Ich bin raus. Wenn ich dann noch hier verliere. Dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ich brauche einen Booster. Ich habe einen Schlüssel. Ja. Okay. Okay. Wenigstens etwas Nützliches gemacht. Okay. Was ist das jetzt hier? Wer ist da? Wen höre ich? Oh. Shoot. Das schaffe ich nicht mehr, oder? Wie viele Türen noch? Okay. Ich verstecke mich. Ich höre ihn. Das kostet nur unnötig Zeit. Verdammt. Keine Booster. Bin ich richtig? Bin ich falsch? Wo bin ich? Wo bin ich? Alter. Wo bin ich gewesen? Aber ich war am Ende verwirrt, Leute. Vakuum. Ist das ein neues Monster? Staubsauger hier, oder was? Kann ich mich nochmal reviven? Oder ist die Zeit schon um? Das weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Türen noch da waren. Doch. Ich kann mich wieder beleben. Bitte nicht, während das Monster da ist. Das wäre unfair. Doch. Ich bin wieder am Start. Ich bin wieder am Start. Ich hoffe, es dauert nicht mehr so lange. Okay. Oh mein Gott. Der kommt doch bestimmt. Ja. Der kommt schon wieder. Wie oft will der noch kommen? Ist ja esslos. Du vergeudest meine Zeit, Mann. Okay. Jetzt muss ich nach links. Becky, verlauf dich bitte nicht mehr. Minus 8. Was ist das? Falsch. Alter, bin ich doof. Wir schaffen das. Okay, ich hoffe. Ich hoffe es, Mann. Ich hoffe es, Mann. Kommt der? Ja. Schon wieder? Wie viele Türen noch? Sechs? Fünf? Konzentrier dich, Becky. Mach keine Fehler mehr. Mach keine Fehler mehr. Okay, er ist schon gedrückt. Haben wir einen Schlüssel? Ja. Oh mein Gott. Erdbooster-Bahn. So schnell kann ich nicht. Oh mein Gott. No way. Was ist das? Du hast nicht genug Geld? Wohin? Da? Leute. Oh mein Gott. Geschafft. Okay, Leute. Irgendwas lädt hier jetzt. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Irgendwas ist hier. No way. Ah. Oh mein Gott. Das Hotel. What in the... Wo sind wir? Was ist das? Irgendwas klopft hier. Sind wir im Chapter 1 gelandet? Ja, oder? Ich war schon fast davor aufzugeben. Aber Leute, was bedeutet das? Niemals aufgeben. Okay? Wir haben's geschafft. Oh mein Gott. Ich früße. Aber es war intensiv. Aber ich muss ehrlich sagen, eigentlich ist das einfacher als das erste Chapter. Weil bei dem anderen musstest du ja auch noch so quasi Parcours. Jemand war hinter dir her und so. Also das ist irgendwie ein bisschen mehr tricky. Hier ist es einfach irgendwie so schnell wie möglich durchlaufen. Je öfter du das Spielst, umso mehr Ahnung hast du. Aber ja, ich hatte ja zum Glück noch Hilfe. Ich musste auch nochmal re-riven, weil es einfach dumm war von mir. Und ja, dankeschön an euch. Auf jeden Fall hat es mega viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich hab euch so sehr lieb. Bye.